Du hast noch keine Ahnung, wo in die Reise gehen soll? Du möchtest deinen Hauptschulabschluss machen und vielleicht sogar verbessern? Oder aber deine mittlere Reihe in der ins AV integrierten Berufstagsschule machen? Dann bist du bei uns an der Ludwig-Ehrd-Schule genau richtig. Bei uns in der Lernberatung bekommt ihr einen Lehrer zugeteilt, der individuell mit euch eure Lernschwächen bespricht und dabei hilft, dass ihr besser werdet und entsprechende Lernmethoden mit ihm entwickelt. Wir vom AV-Dual-Team und ich als AV-Dual-Begleiter helfen dir, deinen Weg zu finden, dich bei der Praktikumsuche zu unterstützen und zu schauen, wie du deine Ziele in Angriff nehmen und vor allem bestmöglich umsetzen kannst. Denn wir bieten dir deinen eigenen Berufsfallcoach, der dich auf deinem beruflichen Weg unterstützt, dir bei deiner Berufsfallhilfe und dir zeigt, wie man richtig gute Bewerbungen schreibt. Man ist gefährlich genug auf dein individuelles Lerntempo, deine Stärken, deine Schwächen eingegangen. Du möchtest mehr Selbstbestimmung in deinem Lernprozess? Dann bist du bei uns genau richtig. Denn hier in der offenen Lernzeit entscheidest du, wann du was lernst. Ich wollte damals unbedingt an die Ludwig-Ehrd-Schule ins AV, da ich hier meinen mittleren Bildungsabschluss im AV machen kann und sogar meinen Hauptschulabschluss verbessern kann. Bestmögliche Unterstützung, individuelle Betreuung und Mitbestimmung beim Lernprozess, wenn es das ist, was du dir wünschst. Zögere nicht lang, melde dich hier bei uns an der Ludwig-Ehrd-Schule fürs AV-Dual an, denn wir bieten dir das, was du brauchst.